Hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu dieser guten Adventure-Map. Letztes Mal haben wir ja die Folge mit der Frage, mit welchem Messer kann man Reho-Heuten beendet. Und heute beantworte ich das Ganze mit WTF. Richtig. Frage 6, Zombie. Mit allen ist die richtige Antwort. Wie viele Fackeln kann man mit zwei Holzbrettern und acht Kohle machen? Mit zwei Holzbrettern kann man acht Dings machen. Acht Fackeln. Ne, nicht acht Fackeln, sondern acht Sticks. Und wie viel Kohle hat man? Man hat auch acht Kohle. Und jetzt vier mal acht, Zombie, was gibt das? Nicht 64. Zwei und drei? Hä? 16. Kriegt man nicht? Kriegt man nicht aus jeder... Aus jedem Kohle kriegt man zwei Fackeln. Hey, kriegt man nicht vier aus jedem? Nee, vier, vier. Stimmt. Ja, richtig. Und vier mal acht gibt glaube ich nicht 16. Aber man kriegt ja nur vier Sticks. Äh, man kriegt pro? Ach so, das sind gar nicht vier Holz. Ups. Ja. Oh. Gepränkt Maudade. Ich hab grad gedacht, vier mal acht gibt doch nicht. 32. Äh, was ist jetzt? Sieben. Sieben ist die nächste. Wer wird am Tag nicht überleben können? Ich bin dumm. Wie viele Obsidian-Blöcke braucht man für ein Portal? Äh, zehn. Wie viele Game-Mode gibt es? Drei. Drei. Richtig, das Tor wurde geöffnet. Das Tor wurde geöffnet. Welches Tor? Gibt mir Effekte. Hui, hui. Oh, hier ist ne Kiste. Acht extra Punkte. Ich klettere weg. Das acht extra Punkte. Ja. Ach so, ich hab jetzt acht insgesamt. Und du hast eins, also wir haben hier grad neun. Und es gibt 32 zum Sammeln. Also haben wir wahrscheinlich schon ein paar übersehen. Alleine auf der großen Wiese vorne werden ein paar Sachen gewesen sein. Ich hab jetzt vier. Okay, dann haben wir jetzt zwölf, hoffentlich, oder doch 16, ich weiß es nicht mehr. Ja. Äh, Gang rot ist noch kaputt. Okay. Gang schwarz ist auch noch zu. Gang grün ist auch noch weg. Da ist der nächste Gang offen. Dirt Tutorial. Acht. Lila Teppich auf lila leben. Guine Teppich auf grün leben. Lila Teppich auf lila leben. Was? Warte, klicken wir mal in den Knopf, was passiert dann? Achguck, ich kann den bewegen. Bii 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 bii-di. Warte, warte, warte. Warte, Guine muss auf lila. Oder Guine muss auf grün. Du, 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 du. Warte, ich lass dich hier vorbei. Das ist echt cool. Du, 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 du. Ich steig nur runter. Fertig. Was ist das für ein Explosionsding? Das musst du mir aktivieren. Aktivieren mit dem Pfad. Ach, damit der Pfad aktiviert wird. Ach, und dann musst du es mir aktivieren, damit ich durch kann. Oh, das ist echt cool, Zombie. Das ist echt richtig cool gemacht. Jetzt kirche ichrid Pause ab. Du 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 du... Du 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 du... Oh, Gott. Warte, wo bin ich? Da. Achso, ich muss durch. Und dann muss ich wahrscheinlich... Kannst du mir noch etwas öffnen? Oder muss ich oben raus? Ah, ich muss oben raus. Ne, ich muss oben lang. Nee. Einer muss hier auf dem Knopf bleiben. Unten komm ich ja an keinen Knopf, oder? Und du musst am Ende eh nach unten, weil da die da ist. Achso, du machst mir jetzt den Weg auf. Ja. Sehr gut. Aber unten ist auch grün. Beides ist unten. Ah. Äh, dann muss ich jetzt in den grünen Pfad rein. Mach oben da auf. Du musst nach oben. Genau, nach rechts. Nee, das ergibt keinen Sinn. Doch, doch. Ich geh auf den Ding. Jetzt kannst du durchkommen. Achso. Und jetzt? Nein, guck mal. Ich guck, ich wollte dich vertauschen. Ja, hier hätten wir wechseln müssen. Warte, komm zurück zu mir. Ich mach dir wieder auf. Jetzt will ich dich doch. Oh, wir sind zu weit. Oh. Was passiert, wenn du jetzt runter ist? Tot. Ah, guck, ich bin wieder am Anfang. Ich bin verpackt. Nein, nein, du bist da. Oh, und ich bin aber auch da. Ja, ist egal. Ignorier den. Bin ich jetzt verpackt? Ist dein altes Ich. Kann ich nicht abbauen. So. So, jetzt muss ich oben lang. So. 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 Laborator. Telesse. Du wirst abgetaust. Alles mal Herégie. Armin, den in K particulate zu. Kakac transmit website aber auch viel coincidence. Aber in der Explikation haben wir die nächste 기 92 giggles. tenían nochmal nichts Textes posted haben. Was wir bei dem? Wir öffnino, das unter demnach Imaginar, liegt sehr45 Healthcare mit mit Kunzerzer. Achso. Frechdachs. Ja. Vielleicht kann man muss hierhin. Irgendwie zwischen fahren wahrscheinlich. Das ist das einzig logische. Sonst ging es viel zu einfach. So, jetzt musst du ins Lilane? Ja, und jetzt kommst du zu mir rüber und dann kannst du hier ins Lilane rein. So, jetzt kannst du einfach nach Hause gehen. Und nach Hause. Oh, sehr cool muss ich sagen. Ich bin der Erste. Ich bin der Erste. Mal wieder. Das rote Tor wurde geöffnet. Ja. Wenn das schwarze Tor sich öffnet, dürfen wir wieder ein Bild angucken, Zombie. Ja. Kann man die Map nicht bei mir hochladen? Die ist cool. Leute, ihr könnt dann auf Zombies Konal vorbeischauen und ein Hinterspiel angucken. Konal. Glas. Unsichtbar. Achso, ob wir getrennt sein wollen oder nicht. Nein, es ist so oder so getrennt. Es gibt so eine unsichtbare Treppe. Achso. Ja, aber ich will dich sehen, Zombie. Ja? Du musst mir den Weg machen. Aha. Oh. Hä, aber warte, warte. Da ist der Weg. Das ist Zombie Farbe. Achso, stimmt ja. Das heißt, du musst mir den Weg machen. Ja. Oh, guck mal. Das hat sogar eine andere Farbe. Wenn du es machst. Ja, ich habe auch gerade die grünen Blöcke da fliegen gesehen. Du musst weiter. Jetzt. Jetzt. Kann ich weiter. Oh, nur du machst mir weh. Ganz schnell mache ich dir keinen Weg. Das ist zu easy. Ich komme nicht weiter. Also, so. Du kannst auch dahin. Ist es auf meiner Hälfte? Ja. Hier bei mir ist die Wand, wo ich gerade springe. Also kann ich auch dahin springen, wo du bist? Ah. Ah. Oh, das ist zu hart. Äh. Ne, das war ja. Oh. Das ist gut, wenn du hinten bleibst. Sehr gut. Da ist eine Kiste. Unter mir? Ja. Ah, Schlingelkiste. Hui. Hier so? Müsste gehen. Jo, hat geklappt. Ok. Wuuuup. Äh. Äh. Das ist zu viel. Das sollte gehen. Ok. Und jetzt musst du weiter. Das ist echt cool gemacht. Da bin ich gerade... Ist mal eine andere Art des... Ich bin ein bisschen erstaunt. Mal eine andere Art des... Man muss weiter vor, sonst ist es bei mir unmöglich. Ok. Dann muss ich jetzt auf die andere Seite. Wuppata. So. Kannst du noch eins zurück? Nee, das schaff... Schaff ich den... Doch, den müsste ich schaffen. Ich kann mich ducken. Ich kann mich heran ducken. Aber das... So ist es... So musst du es machen. Nicht noch eins? So? In die Richtung? Nee, ich meine nach vorne eins. Nach vorne. So? Ja, das sollte möglich sein. Ja. Perfekt. Oh, zumbe. Ach, und jetzt ist es umgekehrt. Ach nee, wir müssen Seiten wechseln. Tauschen. 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 Achso, jetzt muss ich dir helfen. Oh oh. Erstmal die Niederstreifen. Ach, da war ein Checkpoint. Ja. Ein Check streichen. Streifen. Hier. Badaba. So, dann geh ich hier hin. Bisschen... Genauso geduckt da dran. Perfekt. Sehr gut. Oh. Bisschen gruselig, wenn man so nichts sieht bei sich. Halt. Ja. Kannst du nochmal zurück ducken? Ja, perfekt. Oh, das ist schön. Ich könnte auch trollen. Oh, das hast du ja auch nicht gemacht. So oder so? So ist gut. Okay. Okay. Ja, was willst du hier denn bitte trollen? Du trollst dich ja eher selber. Ja, was weiter soll ich trollen? Du trollst dich ja eher selber. Also ja. Ne, kannst du noch weiter? Ja, das ist gut. Bleib da stehen. Bitte. Gummelt. Nein. So. Bleib da nochmal stehen. Ja. Okay. Dann kannst du jetzt die... Okay, du bist dann ja unsichtbar geworden. Jetzt bist du wieder da. Ach, Unsichtbarkeit hatten wir heute auch. Äh, ne. Nicht geduckt. Also doch. Bleib da. Bleib da. Okay. Okay. Ups. Oh. Sehr gut. Zack. Das grüne Tor. Das grüne Tor wurde geöffnet. Oh. 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 Ach, das taucht einfach auf. Oh, überall. Links und rechts auch. Ich will schneller sein. Links und rechts auch. Du kannst alles laufen. Oh, das bleibt ja sogar. Das ist ja richtig cool. Hui. Ich kann Schlangenlinien malen. Ich mal einen Penis. Ach man, Tommy. Was denn? Die kreative Freiheit habe ich hier nicht. War hier richtig? Wo müssen wir hin? Hier. Wo war das Rode? Da. Aktiviere den Knopf mit der Glowstone umrandet ist. Zack. Hä? Zombie? Ja? Ich bin nicht drin. Ich mache die Challenge. Schießt du jetzt schnell in alle Richtungen oder wie? Ja, ich habe so einen Countdown und ich muss immer finden, wo der Glowstone Block ist. Ich habe immer so richtig klappes Zeitfinds. Ich glaube, das ist weit klappes. Ah, ich sehe rechts eigentlich. Ah, und jedes Mal, wenn du triffst. Ja, das soll mir werden. Ganz cool, wenn ich es auch sehe. Muss ich mal gestehen. Warte, ich schieße da nicht mehr. Oh. Gut. Okay, springen wir mal gleichzeitig rein, okay? Okay. Ich mache die beiden Wände. Wer hier? Ah, dann mache ich die am Eingang und die links daneben. Drück den Knopf, Zombie. Aktivier ihn. Nimm deinen Bogen in die Hand. Was machst du da? Feuer. Und Feuer. Oh, ich habe verfehlt. Ah, da ist noch einer bei mir. Oh, komm, helf mir einfach uns gegenseitig. Wenn man verfehlt, ist ja eh egal. Oh. Man findet die auch irgendwie schneller, wenn man sich im Kreis dreht. Aua. Oh, Entschuldigung, habe ich vergessen. Oh, da habe ich glaube ich auch mal getroffen, da haben wir gleichzeitig... Oh. Warum wolltest du noch mal mitmachen? Ich wollte es sehen. Ich wollte es einfach nur sehen. Ja! Ich hatte Sinn. Ich bin sinnvoll. Ich drehe mich immer schon nach rechts. Nice. Nice. Äh. 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 Kannst du deine Minekraft-Aim verbessern? Ja. Das ist hier eine Minekraft-Aim-Kammer. Minekraft-Aim-Kammer. Welthammer alle. Ja. Äh. Ja. Oh. Triple. Quattro. Quattro. Okay. Verdammt. Jetzt wird es weiter Quattro. Äh. Er ist. Das schwarze Tor wurde geöffnet. Okay. Tada. Wir dürfen uns wieder Bilder angucken, sobald wir da vorne sind. Wir sehen hier ein Bild. Während wir laufen. Während wir laufen, sehen die Leute ein Bild. Oh. Okay. Und jetzt sehe ich es auch gleich. Okay. Wir haben wohl das ganze Gebilde hier von oben gesehen. Verstehen hier irgendwelche Sachen? Lehm. Effekte. Unsichtbar. Oh. Ah. Wir können einstellen, ob wir mit Lehm oder mit Unsichtbar spielen. Ich wäre für Unsichtbar. Dann sieht man auch ein bisschen was. Ich nehme Lehm. Achso. Das ist für uns beide. Was ist Effekt? Dann nehmen wir unsichtbar. Ja. Gehen wir durch. Aber Unsichtbar ist voll der Cheat. Nee. Warum? Okay. Achso. Ach, das ist hier ein Labyrinth. So ein Teleportations-Labyrinth. Oder was ist das? Oder wenn wir uns auf die Knochen stellen? Immer wenn wir die Platte drücken, öffnen sich die Türen. Die entsprechenden Türen. Okay. Und das hier öffnet dann... Warte. Öffnet das hier schon irgendwas? Oh, guck mal. Wir drücken gerade zwei Knöpfe gleichzeitig. Äh. Ah. Der war schon aktiviert. Den habe ich schon gedrückt. So. Aktiviere. Wir müssen es auch aufteilen. Wir müssen es auch aufteilen. Na. Ist da grün nochmal? Rot. Das ist wahrscheinlich schon so gedacht, dass wir uns aufteilen. Rot. Ich schicke dich jetzt weg von mir. Nein. Einer muss wieder zum Anfang. Sombe? Komm her. Regeneration? Du kriegst mich nicht tot. Du kriegst mich echt nicht tot. Ich habe immer noch volles Leben. Ich regeneriere eine halbe Millisekunde mein Leben voll. Ich komme wo dich weg. Ich komme wo dich weg. Hau mal. Hau mal. Kann ich das wieder deaktivieren? Das Orange? Ich habe schon doch schon deaktiviert. Ich renne doch hier schon rum. Okay. Gut. Ich kann auch Gelb gehen wenn du willst. Ich kann weiter. Kannst du Blau oder Grün aktivieren? Ne. Gelb oder Rot habe ich hier. Ne. Gelb oder Rot. Aber ich kann zu. Ich kann hier noch Grau aktivieren. Ich kann hier noch Grau aktivieren. Gehen nochmal zu Orange. Nochmal Orange. Okay. Ich kann hier Gelb, Lila, Grau und Rot. Ja mach Gelb. Gelb dann kann ich Blau machen. Gelb. So. Warte. Gehst du durch? Dann muss ich erst Rot für mich aktivieren. Ich bin schon durch. Okay. Dann aktiviere ich Rot für mich. Rot habe ich hier auch. Ich habe Rot und Blau. Blau. So. Was brauchst du für eine Farbe um weiter zu kommen? Schwarz. Ich habe hier nur Braun. Ach Grau bräuchtest du. Kannst du Blau noch einmal aktivieren? Nein. Du hast Blau gerade deaktiviert. Warte. Du brauchst nur Schwarz. Ja. Ist hier Schwarz? Ich habe Rot und Orange. Ich kann jetzt Orange Tor öffnen theoretisch. Ja dann öffne mir mal Orange. Aber ich brauche halt Grün danach. Schwarz, Gelb oder Blau. Eine der drei Farben musst du aktivieren sonst bin ich eingesperrt für immer. Sehr viele Versuche später und wieder in diesem Raum. Okay. Brauche ich Gelb? In der Ecke bei dir? Ja. Genau. Hast du noch Rot bei dir? Nee. 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 Rot habe ich nicht. Ich könnte zu Rot, wenn du mir danach Weiß geben kannst. Orange hast du ja, ne? Geh mal durch. Wie soll durch? Dann kann ich dir Rot geben. Ja, nee. Ich gebe dir aber Weiß. Achso. Ich habe gedacht du brauchst Rot. Nein, nein. Ich helfe dir jetzt da durch. Jetzt bin ich hier wieder in dem Raum. Kannst du von dort aus Rot machen? Nee. Ich könnte dir Rot geben. Dann bin ich aber wieder im anderen Raum. Ja, gib mir mal Rot. Ich weiß, dass du dann wieder da drüben bist. So, dann geh wieder in den anderen Raum zurück. Und dann gib mir Grün. Okay. Okay. So, jetzt bin ich hier nämlich. Das ist schon gut. Das ist gut. Das ist gut. Ich habe jetzt Hellblau. Ich kann dich da wieder reinlassen. Okay. Und du bist jetzt... Ich bin bei Hellblau Grün. Du bist... Du bist im großen Raum. Oh, das ist gut. Groß? Jetzt brauchst du... Von da aus kannst du mir nicht Weiß geben, oder? Nee, Weiß komme ich nicht mehr ran. Aber du kannst mir Hellblau geben. Dann kann ich hier zurück. Dann könnte ich dir in der Theorie... Hm. Grün könntest du mir geben. Warte, ich überlege gerade. Doch. Doch. Äh, warte. Wir gehen mal von Knöpfen runter. Ich hoffe das funktioniert. So, dann müssen wir wieder alles von vorne machen. Gib mir Grün. Knöpfe runter. Jetzt gib mir Hellblau. Und jetzt gebe ich uns Braun. Ja. Wir müssen nur gleichzeitig im Raum sein, oder? Sind wir ja. Und jetzt gibst du mir Rosa. Ah ja. Oh, ich lasse dich raus. Zombie. Jaaaa. Weg hier. Oh. Note A. Danke für Spielen. Tipp. Game Mode 3. Für Noclip. Nun dürft ihr benoten. Note 1, Note 2, Note 3, Note 4, Note 5, Note 6. Okay. Ah, die bauen sich automatisch auf. Oh. Können wir ein A, können wir ein A, B, C bauen? Kann ich hier. A. Ach ne, das ist ne 1, B. Ehh. 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 Gibt's kein Dach. Wir können aber auf die grüne Fläche von vorne gehen. Warte. Game Mode 1. Ehh. 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 Ja, ein Rätselspiel. Ein Rätselspiel. Sehr gut gelungen. Vielen Dank für die Map. Hast du noch ein Feuerzeug? Ja, hab ich. Zack. Es explodiert. Und... Bis zum nächsten Mal! Tschüss!